Wir sind das Autoland im Autoland. Ich habe schon gerne früher so ein bisschen an Modellautos gebaut, durch den Vater, durch den Opa. Ja, dann war der Onkel eben auch, Kfz-Elektriker. Und das hat mir alles schon immer ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mich bei dem in der Firma beworben, bin Kfz-Mechaniker geworden. Dann habe ich mich hier beworben, bin das gesamte Assessment mit durchgegangen. Und es hatte damals eben geklappt, hier mit anfangen zu dürfen. Fendlichartigkeit ist eigentlich, dass ein Automobilmanufaktur oder ein Automobilhersteller mitten in der Stadt, hier am Großen Garten in Dresden, Autos produziert, herstellt, baut. So geht Sächsisch. So geht Sächsisch. So geht Sächsisch. So geht Sächsisch. So geht Sitter mit S té Ssisch. So geht Sitzsch, so geht Sächlich Senn, so geht Sтер, ich hab Ski-Mechaniker automated, So geht Sätt Sächlich. So geht S esto. Vielen Dank.